Auch noch so interessant ist es, dass Gott niemals den Sünder so verurteilt, sondern eher die Sünde, so das Ausleben. Und ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen, gerade in unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen. Wir können die Leute akzeptieren, die solche Neigungen haben, aber tolerieren, was sie machen, müssen wir nicht. Ich glaube, das ist immer schwierig, so dieses, man liebt die Person, aber man stimmt nicht mit überein, was sie immer tun. Da finde ich es jetzt auch nicht cool, dass die Leute in meiner Familie das gemacht haben und trotzdem liebe ich die Menschen trotzdem weiterhin. Und ich glaube, das ist für viele ganz schwierig, das zu differenzieren. Grüß Gott, nur Herr Reinwold ziert. Ich bin Joachim Reinwold und das ist meine bezaubernde Ehefrau, Madlenen Reinwold. Herzlich willkommen zu unserer Folge Wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt, das fragen wir uns gemeinsam, wie die Folge heißt. Also weißt du, gerade das Thema Wo die Liebe hinfällt. Das ist auch immer in dem Film. Welchen? Wo die Liebe hinfällt. Gibt es einen Film, der so heißt? Kenne ich gar nicht. Aber was mich immer so erinnert an Wo die Liebe hinfällt, es gibt so viele Paare, wo ich wirklich denke, die passen überhaupt gar nicht zusammen. So vom optischen weder oder vom Charakter auch nicht. Und dann denke ich, da ist die Liebe wirklich irgendwie hingefallen. Also da ist sie wirklich hingefallen und irgendwie ausgerutscht. Aber was ich auch noch krass finde bei uns damals, als wir noch in der Flogungsphase waren, haben wir auch Begleiter gehabt, Ehebegleiter. Und das habe ich bis heute noch, nach acht Jahren Ehe, was ich total cool finde. Und die haben uns so krass in unsere Ehe reingesprochen. Du weißt ja noch, was sie gesagt hat. Ja, ich kann mich erinnern, was jetzt sicher gleich kommt. Und sie sagt noch zu, hey, ich glaube erst, oder unsere Ehebegleiter haben beide ja gesagt, ich glaube erst, dass ihr verheiratet seid, wenn ihr euch beide vor Gott und vor den Zeugen das Ja-Wort gebt. Und da denke ich ja, tatsächlich ist es so, wo die Liebe wirklich hinfällt. Aber es ist wirklich so, da ist sie hingefallen und da liegt sie auch jetzt ausgerutscht und dann bleibt sie jetzt liegen. Naja, bei uns ist es ja nicht ausgerutscht, das war eher ein Kampf. Ja, aber trotzdem, ich finde es cool, dass trotz dieser Gegensätze, dass man irgendwie eine Einheit bildet. Und ich glaube, dass gerade da, wo die Liebe hinfällt, dass sie da bleiben soll und sich ausbreiten soll und sich vermehren soll. So empfinde ich das zumindest. Vermehren soll. Also ist es auch schön, Liebe soll sich vermehren und ausbreiten, oder? Ja, schon. Ich finde es cool, dass Liebe so überhaupt keine, also was da gar nicht unterschieden wird zwischen jung und alt, wenn man denkt, also ich kann mich erinnern, eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass ihre Oma, die war schon über 70 und Witwe und hat dann tatsächlich mit über 70 nicht mehr jemanden kennengelernt und hat den geheiratet. Und die war so, oder was? Mit 70 Jahren? Ja, also über 70 war es sogar. Und sie, ihr war das einfach wichtig. Und sie hat gesagt so, nee, sie liebt ihn und sie wird so mal heiraten. Und ich denke, wie oft kommt das vor? Das ist doch echt cool. Ich finde es voll lieb. Oder wenn ich an deine Eltern denke, die haben geheiratet, als ich super jung war. Deine Mama war ja erst 18 und jetzt vor ein paar Jahren haben sie eine Perlenhochzeit gehabt, also ein 30-jähriges Jubiläum und haben nochmal richtig fett gefeiert, weil wir denken, das ist so cool. Also, dass man das so zelebriert, wo die Liebe halt ist, dass man da sagt, okay, werden wir schon so lange durchgehalten. Und wir machen halt, wir machen nochmal ein großes Fest. Kannst du dich erinnern, in unserer Gäste hatte ich auch gefragt, und Mama, Papa heiratet ihr nochmal? Ja, stimmt. Und wir so, ja, vielleicht zum Silbernen oder zur, ah, zur 10-Jährigen. Was ist das, wieso nicht? Rosenhochzeit. Ist das Rosenhochzeit? Ja, okay. Das ist ja noch nicht so viel. Aber so Perlenhochzeit hin, das ist schon nochmal so ein Statement, 30 Jahre oder Silberhochzeit, 25 Jahre, das haben wir zu machen. Aber 10 Jahre können wir auch feiern. Ja, sicher. Feiern dann mal so, wie so, ich meine, nicht nur mal heiraten. Also, weißt du, im Sinne von Riesenfest, Riesenfäter, mit 10 Jahren, da immer so, ja. Ja, aber es gibt auch so komische Sachen, wo ich finde, wo die Liebe wirklich hingefallen ist, die ist da wirklich ausgerutscht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auf Instagram so ein Reel angeschaut, da hat sich ein Junge in Honda Civic verliebt. Er hat sich dann geheiratet. Geheiratet? Er hat sein Auto geheiratet, ja. Oder eine andere Frau hat in eine Boeing geheiratet, so eine deutsche. Aber stimmt, kann sich nicht, wir haben mal auf, was war das, irgendein, ich glaube RTL oder so, wo so ein Typ so eine Lokomotive geheiratet hat. So eine richtige Dampflok. Und ich war so, oh, das ist ja ernst. Aber es gibt echt crazy, crazy Sachen. Ja, irgendwie finde ich es voll schräg. Also, da denke ich auch wirklich so, hey, okay, die sind verliebt, die heiraten sogar die Objekte. Und vor 15 Jahren würde man vielleicht noch denken, okay, irgendwie haben die einen Sprung in der Schüssel. Und heute ist es so, ja, Toleranz und was weiß ich nicht, irgendwas ist schon schräg. Aber es gibt ja näher zu verrückte Sachen. Also, ich meine, es gibt ja mehr das Normale, dass einfach ein Mann eine Frau heiratet oder ein Mann ein Mann, eine Frau ein Frau ist ja bei uns in der Gesellschaft jetzt auch schon komplett normal. Ja, wobei da auch die Bibel eigentlich ganz klar darüber redet, wie sie die Liebe sieht, oder? Eigentlich. Ja, und dass die Ehe eigentlich nur zwischen Mann und Frau ist und dass Gott sie was dabei gedacht hat. Das ist eigentlich voll krass. Weil gerade bei dem Thema Homosexualität, da spalten sich ja total die Geister und auch so die Christenheit. Und das ist eigentlich voll interessant, weil jetzt gerade vor ein paar Tagen war das wieder, habe ich mir wieder sowas angeschaut, so ein Kurzvideo. Da hat ein Typ, wie bewusst jetzt auch nicht seinen Namen sagen, hat darüber geredet eben, dass es ganz normal ist, wenn Pfarrer oder Pfarrerinnen auch homosexuell sind. Und da dachte ich mir so, ey, das ist echt voll krass, da sprechen sich so viele Leute aus für, dafür. Es ist ja auch okay. Aber da würde ich mir denken, ey, anstatt, dass du dich darüber so dafür äußerst, studiere mal die Bibel und guck mal, was die Bibel eigentlich darüber sagt. Oder was Gott darüber denkt. Und das macht mich dann schon so ein bisschen stutzig, weil die Bibel redet ganz klar über dieses Thema. Ganz klar redet sie darüber. Und was auch noch so interessant ist, ist, dass Gott niemals den Sünder so verurteilt, sondern eher die Sünde, so das Ausleben. Und ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen, gerade in unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen. Wir können die Leute akzeptieren, die solche Neigungen haben. Aber tolerieren, was sie machen, müssen wir nicht. Ich meine, wir haben selber Freunde. Das ist jetzt so ein spannendes Thema. Wir können halt echt einen Fass ohne Boden aufmachen. Aber es ist so, dass wir auch selber Freunde haben und auch im Bekanntenkreis Homosexuelle sind oder sogar Transgender. Kennen wir auch Leute. Und trotzdem, wir lieben sie und wir verbringen Zeit mit ihnen. Aber die Leute sind cool. Ja, natürlich sind sie cool. Das sind coole Leute. Es ist so. Die sind total cool. Es macht Spaß mit denen. Aber trotzdem tolerieren wir nicht das, was sie machen. Ich glaube, das ist immer schwierig. So dieses, man liebt die Person, aber man stimmt nicht mit überein, was sie immer tun. Also wo ich mir denke, also auch in der Familie, bei uns auch, hat sich jetzt auch jemand scheiden lassen. Und ich denke mir so, wenn du auch mal in den Bund eingehst und wenn du was versprichst, ist meine Meinung, dann solltest du da Versprechen halten und solltest, ja, solltest da dahinterstehen. Und darum, ich finde, also ich meine, es gibt immer Gründe, warum man sich dann durchscheiden lässt. Also wenn wirklich schlimme Sachen zum Beispiel passieren. Aber wo ich mir denke, ich glaube, es ist immer trotzdem mein Um-die-Liebe-Kämpfen und um was, wo, wenn du ein Versprechen hältst, dass das tatsächlich einheizt. Und da finde ich es jetzt auch nicht cool, dass die Leute in meiner Familie das gemacht haben. Und trotzdem liebe ich die Menschen trotzdem weiterhin. Und ich glaube, das ist für viele ganz schwierig, das zu differenzieren und da wirklich zu schauen. Stimmt. Gerade bei dem Thema, so, okay, was sagt die Bibel wirklich? Und wenn man lesen steht, Gott hat Mann und Frau erschaffen. Und er hat sie gegensätzlich geschaffen. Er hat sie als Gegenüber geschaffen. Er hat sie geschaffen, dass sie sie ergänzen. Und er hat sie dabei was gedacht. Er hat sie mit Sicherheit was dabei gedacht. Sonst hätte er ja einfach zwei Männer oder zwei Frauen schaffen können. Das heißt ja, Gott hat es geschaffen, Adam und Eva, nicht Adam und Steve. Adam und Eve, not Adam und Steve. Ach so, egal. Ja, aber das stimmt. Und ich finde das so krass, weil Gott hat ja Adam geschaffen, den ersten Menschen. Und er hat gesagt, okay, es gibt nur die ganzen Tiere, niemand passt zu mir. Dann sagt ja Adam selber, es gibt keinen, der zu mir passt. Und Gott sieht es und sieht, wie traurig er ist und sagt, okay, ich will jemanden schaffen, der zu ihm passt. Und dann schafft er die Eva. Und was ich so cool oder so speziell an der ganzen Sache finde, ist, dass Gott den Adam schafft und ihm den Namen gibt. Adam, Mensch. Und als aber Adam dann die Eva sieht, sagt er, endlich jemand, der so ist wie ich. Also so ist sie Eva. Und eigentlich heißt das ja... Adama. Nein, nicht Adama, sondern Isch und Isch. Ja, oder Adam und Adama. Adam ist eigentlich der Gattungsbegriff. Ja, Mensch. Aber er sagt eben, ich bin Mann und sie ist die Männin. Sie ist von mir genommen. Jetzt habe ich dir sogar was gesagt. Das stimmt, weil Adam ist der Gattungsbegriff und Adama ist eigentlich die Frau. Adama, wenn du ihn nicht hörst. Tja. Immer nur Isch und Isch am Mann. Genau, Isch als Mann und Ische als Frau. Das heißt auch immer, meine Ische kommt auch noch zu mir. Ja, aber das sagst echt nur du. Kommt vom Jüdischen. Ja, aber trotzdem will ich mir denken, eben Gott hat sich was gedacht und er hat sich was gedacht dabei, dass er Gegensätze geschaffen hat. Und gleichzeitig, dass diese Gegensätze sich ergänzen. Ja, vor allen Dingen aber auch, dass Adam so die Identität zuspricht seiner Frau. Du bist meine, du bist meine Frau. Und das ist eigentlich auch das Tolle, weil wir als Männer dafür geschaffen sind. Wir haben auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, die Kunst, meinen Mann zu lieben oder meine Frau zu lieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Die Frau zu lieben, weil er ist ja der, der die Identität spricht. Wo, reihenweise habe ich das erlebt, wo falsche Identität über das Kind ausgesprochen wurde. Als Beispiel, jemand kam zu mir, also in Seelsorge und sagt, ja, ich habe das Problem, ich neige zu Homosexualität, blablabla. Und dann sind wir denen auf den Grund gegangen, haben angefangen zu beten und sind eben darauf gekommen, dass die Mutter und der Vater, als sie im Mutterleib waren, eine falsche Identität über das Kind ausgesprochen haben. Das heißt, sie war ein Mädchen offensichtlich, aber im Bauch hat man nicht gewusst, was sie wird, weil sie sich immer so gedreht hat und dass man nicht halt das Geschlecht herausfinden konnte. Und dann haben die immer wieder die Eltern ausgesprochen, ja, du bist unser kleine Junge, wir freuen uns schon auf dich, unser Bursche. Ach, du bist so, wir freuen uns jetzt schon auf dich, unser Junge, immer unser Junge, Junge, Junge. Und dann in den nächsten Jahren, als Kind geboren ist, natürlich war es dann ein Mädchen als geboren ist, aber dann in den nächsten Jahren hat sich herausgestellt, dass das Mädchen gespürt hat, die Eltern wollten eigentlich einen Jungen haben oder haben gedacht, zu werden Junge. Und dann ist sie zu dieser Neigung gekommen, zu Homosexualität. Meinst du, dass sie als Junge gefühlt hat? Genau, und das habe ich reihenweise, reihenweise habe ich das erlebt in der Seelsorge, dass das, wo eine falsche Identität ausgesprochen wird, das ist, was man mit dem Menschen und mit dem Kind macht. Und das ist eigentlich das Traurige. Wir Männer oder auch wir Menschen haben Autorität, unsere Worte haben Macht, egal was wir sagen. Und das zu wissen, hey, unsere Worte haben tatsächlich Macht. Jedes Wort, was wir aussprechen, hat, das, was wir sehen, das ernten wir auch. Und wenn ich darüber denke, ich rede über mein Kind, oh Gott, bist du dumm. Hey, Entschuldigung, das werde ich nicht über mein Kind aussprechen. Und das, ja. Weil es das Kind halt auch ernährt. Ja, das Kind erntet es dann ein und fühlt sich tatsächlich dann irgendwann mal dumm. Ja klar, wenn es das immer herrscht. Ja, ja. Wenn keiner zu dir gesagt hat, du bist klug. Ha, zu mir, unsere Mittlere. Und sie sagen, hey, du bist voll klug. Und sie so, ich bin kein Klugscheißer. Wir so, ja, das haben wir gar nicht gesagt. Wir so, du bist klug. Und glätztend sagt sie zu ihr, Mama, ja, ich bin ein kluges Mädchen. Aber ich bin kein Klugscheißer, ich bin nur ein kluges Mädchen. Und sie so, ja. Hat sie recht. Das ist so süß, ey. Und das ist so, weißt du, sie weiß, wer sie ist. Und das weiß sie durch uns, weil wir das zusprechen. Und ich glaube, das ist es auch, wo wir, wenn wir die Liebe erfahren oder wenn wir diese Liebe erleben, auch wenn unser irdischer Vater oder unsere irdische Mutter nie uns eine richtige Identität zusprechen, dass Gott sagt, hey, ich gebe sie euch. Und durch mich kriegt ihr die Identität. Und das habe ich oft in meinem Leben erlebt, dass ich halt erlebe oder spüre und sehe, wie Gott mir Identität zuspricht. Mir in meiner Männlichkeit, mir als Ehemann, mir als Liebhaber, mir als bester Freund. Und das ist total cool und spannend zu sehen, dass es wirklich was bringt, wenn du dich Gott anvertraust. Ja, du lachst, aber es war ernst. Oder es ist nicht so. Doch, es ist absolut lustig. Sag mir nicht, dass ich der beste Ehemann bin. Schweige nicht. Vielen Dank auch. So nett von dir. Nein, wir haben sogar noch eine Bibelstelle, die würde ich sogar vorlesen. Ach, die Bibelqueen hat natürlich die Bibelstelle. Natürlich, natürlich. Wo haben wir es hier? In 1. Johannes 3,1 steht nämlich, Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Also ich wiederhole nochmal. Seht, also schaut her, herz zu, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Ich glaube, das ist so das größte Statement, sodass Gott sagt, hey, ihr seid meine geliebten Kinder. Ich spreche das schon längst über euch aus. Das ist, wer ihr seid. Das ist das, was euch ausmacht. Ihr seid meine Kinder. Und ich glaube, dass man so oft, gerade jetzt sowieso hier auf der Welt, dass man sich so oft ungeliebt fühlt oder ungewollt. Oder dass man sich fehl am Platz irgendwie fühlt. Und dass Gott aber da genau in so eine Situation einredet, Na, aber ich habe dich schon längst geliebt. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist es tatsächlich. Ich habe dich schon so genannt. Und dass das, was mit uns macht, wenn wir das wirklich verstehen. Ma, da fällt mir nämlich ein, ich habe diesen Liebesbrief des Vaters. Die meisten kennen das ja irgendwie schon, diesen Liebesbrief des Vaters. Aber ich habe es auf dem Herzen, dass ich das nachher vielleicht sogar vorlese. Ich habe das irgendwo als Screenshot. Ja, voll. Ich würde es echt gerne vorlesen. Da ist nämlich jeder Satz so als Brief. Eine Bibelstelle. Und jeder Satz ist eine Bibelstelle. Also alles, was ich nachher vorlesen werde, ist tatsächlich eine Wahrheit. Und das will ich nachher nicht vorlesen. Das inspiriert mich jetzt gerade dazu, wo du das sagst. Ja, das wird voll gut passen. Drum, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns mehr darüber bewusst werden, was für eine Macht wir haben. Ja. Was wir proklamieren über gerade unseren Kindern, aber auch über anderen Leuten. Aber auch über uns selbst. Auch über uns selber. Aber ich finde es so krass, weil Gott hat Adam Identität gegeben und Adam der Eva. Und Eva wahrscheinlich dann auch ihren Kindern, genauso wie der Abend hoffentlich. Aber warte mal ganz kurz. Ich will jetzt nicht, dass es dann heißt, wir gendern jetzt hier oder so. Das heißt jetzt nicht, ja, der Mann ist jetzt hier die... Wie sie gendern. Ja, nicht wegen gendern, aber ich meine halt, ich könnte mir halt vorstellen, dass voll viele sich die Zähne daran ausbeißen, ja, der Mann schon wieder, der Mann schon wieder. Ja, aber ich glaube, und das ist wieder was Biblisches, ich glaube, dass Gott sich schon was dabei gedacht hat. Und wenn wir uns das Leben anschauen und wenn wir schauen, wie kaputt Frauen sind, hat es so oft mit ihrem Partner zu tun, mit ihrem Exfreund, mit ihrem Vater oder sonst was. Ich muss nicht mehr denken, ja, warum denn wohl? Weil Gott trotzdem, und ich meine, ich bin eine starke Frau, jeder, der mich kennt, weiß das. Und jeder weiß, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es auch. Ich lasse mich jetzt nicht von einem Mann untergraben. Aber ich glaube schon, dass Gott sich was dabei gedacht hat, als er dem Mann Identität gegeben hat, die er über der Frau aussprechen soll. Weil wenn er nämlich positive Dinge ausspricht, da kommt was zum Leben, da kommt was Göttliches zum Vorschein und das ist gewollt. Und das Krasseste überhaupt ist, die Frau ist das einzige Geschlecht, womit dieser geistigen Welt in Kontakt kommt. Sie bringt Seelen auf die Welt. Das können wir Männer nicht. Ja, richtig. Die Frauen bringen Seelen auf die Welt, was wir Männer nicht können. Das heißt, ihr gebt die Gebietidentität. Ja, wir schaffen neues Leben. Und die Männer sind halt so die Macher und die Frauen, die gebären das. Naja, also die Gebärenden sind schon am Macher. Aber das meine ich. Jeder hat seine perfekte Rolle in dem großen Ganzen. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, schon von Gott gewollt. Und ich glaube halt eben, dass Gott uns diese Liebe und diese Identität selber zeigen, mit jedem eins für die sich selbst. Amen. Kann ja nichts mehr dazu sagen. Aber, du hast recht, ich würde trotzdem noch gerne irgendwie eine Challenge herausfinden. Gibt es eine Challenge, wo du sagst, irgendwie, ja, da können wir uns jetzt die nächsten Wochen oder die nächsten Tage mal challengen? Ich glaube, wir könnten mal die Eltern challengen. Alle Eltern, die uns zuhören. Also uns oder uns selber. Ja, wir uns sowieso, aber auch alle, die zuhören im Sinne von, achtet mal drauf, was ihr ausspricht über euren Kindern. Ich habe nämlich da ein Beispiel dazu. Letztens hat mir meine Schwägerin was erzählt und es hat mich voll, es hat mich so verletzt, als ich es gehört habe, dass man dachte, boah, krass. Sie hat sich mit Freundinnen getroffen, die sie kennengelernt hat. Und die haben auch Kinder, so wie sie. Ihr Bub ist ja noch ganz klar. Nein, du kennst das nicht. Ihr Bub ist noch ganz klar und die von den anderen sind ungefähr im gleichen Alter. Also ihr Kleiner ist sechs Monate und der andere, der da war einfach neun und der andere, weiß gar nicht, wie heute war, ungefähr im Alter. Und auf jeden Fall hat der neun Monate, Alter, noch nicht sitzen können, noch nicht krabbeln, nix. War aber auch ein Frühchen. Frühchen sind immer später dran bei sowas. Ist einfach so. Und auf jeden Fall ist ihrer... Wie ist das normal, dass man normalerweise sitzt? Naja, normal sitzt mit ungefähr sechs Monaten, krabbeln, fangst zwischen neun und zehner, laufen, du hast ungefähr mit zwölf, dreizehn, so Durchschnitt, Durchschnitt, Monat, genau. Und ihrer ist eben sechs Monate und krabbelt schon hardcore. Also der ist einfach super boy dran mit einem. Ist er wirklich. Und dann sieht sie das, also diese Freundin, und sagt zu ihrem Kind, Ma, schau, du bist so dumm, du kannst noch gar nichts. Oh mein Gott. Und die war so, was? Und ich so, das hat sie gesagt. Und dann sagt mein Schwiegern zu mir, ja, das war voll schlimm für mich. Und dann hat sie halt immer gesagt, ja, er kann halt noch gar nichts, er ist so faul und er kriegt überhaupt nichts auf die Reihe. Und ich war voll schockiert. Alter, ich finde es gerade voll entstanden. Ich habe mir gedacht, was sprichst du über dem Kind aus? Und dann habe ich gesagt, ja, und was hast du drauf gesagt? Und sie so, naja, ich habe halt dann was Positives draus gemacht. Und ich bin halt hingegangen und gesagt, du brauchst halt einfach der Zeit. Du brauchst halt ein bisschen länger, aber du schaffst das schon irgendwann. Und ich dachte immer so, ah, so was zerreißen. Ja, das ist ein Vaterherz. Ja, voll. Schrecklich. Und jetzt machen wir sowieso, wenn wir denken, Mann, wieso sprichst du sowas aus? Der arme Kleine, der kann ja nichts dafür, dass er es noch nicht kann. Und jedes Kind braucht einfach seine Zeit. Und ich glaube, je mehr du einfach trotzdem positive Sachen aussprichst, du veränderst was in deinem Kind. Du gibst deinem Kind ja auch Selbstvertrauen, wenn du an ihm glaubst und wenn du gute Sachen aussprichst. Und ich glaube, das kann die Challenge sein von uns Eltern. Ey, was, jeder von uns ist mal genervt mit seinen Kindern. Ich so, Alter. Zum Glück ich nicht. Ja, ja, genau. Da bin ich nicht so genervt. Aber dass wir unsere Challenge machen könnten, zu wirklich mehr auf unsere Worte zu achten, was sprechen wir aus und was fördern wir? Wo fördern wir das Positive? Aber auch, glaube ich, für uns selbst könnte es eine Challenge sein. Wo rede ich schlecht über mich selbst? Ja, wer keine Kinder hat, kann das machen. Richtig. Oder über seine Enkelkinder. Oder denken. Über die Neffen und Nichten oder über die Nachbarskinder. Ja. Dass man was Gutes zuschneidet. Und soll das eben über sich selber. Was denkt man, was spricht man aus? Genau. Und jetzt will ich das Screenshot nämlich suchen. Ach so, ja, bitte. Würdest du mich gerne beten? Dann können wir das gleich zum Gebet machen. Ja, irgendwo habe ich es nämlich abgespeichert. So, jetzt habe ich es gefunden. Und ich möchte es einfach kurz vorlesen. Nochmal für dich. Jeder Satz, den ich jetzt vorlese, ist eine Bibelstelle. Und das spricht dir Gott zu. Hör das dir einfach mal so an, als würde Gott dir das direkt zusprechen. Der Liebesbrief von Gott an dich, mein Kind. Ich kenne dich durch und durch. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich alleine lebst du und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Und alle deine Tage und die Tage deines Lebens habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde durch Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Und ich bin aber kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir. Denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft, weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann jubele ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Und ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von deinem ganzen Herzen suchst, wirst du mich finden. Und freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und ich rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Eines Tages werde ich all deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerzen wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Denn ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso wie mein Sohn Jesus Christus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Ebenbild. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Jesus ist gestorben, damit du dich und ich uns versöhnen können. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du also meinen Sohn Jesus Christus annimmst, nimmst du mich an. Nichts an dich, nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause und ich werde das größte Freudenfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen und werde immer dein Vater sein. Und ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich. In Liebe dein Vater, der allmächtige Gott. Ich finde, dass wir das nochmal zum Gebet jetzt auch vielleicht einbauen können, dass jeder, der das jetzt gehört hat, dass er das wirklich erlebt, dass Gott ein Gott ist der Liebe und der, der auch Identität zusprichst. Möchtest du noch zum Abschluss beten? Vater Gott, ich danke dir, dass du dich uns zeigen willst und dass du dir uns zeigst, so wie du wirklich bist. Und ich bete für alle die, die echt ein falsches Bild von dir haben, weil sie dich nur vom Hören sagen können, weil Leute von dir erzählt haben, und die dich eigentlich gar nicht kennen. Und dass du dieses Bild einfach nochmal neu machst, dass du wie bei einer Leinwand einfach wieder weiß machst und du anfängst, das Bild von dir zu zeichnen, so wie du wirklich bist und wie dein Wesen ist. Ich zeige dir, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein liebender Vater bist und ich bete, dass jeder Einzelne, der das möchte, dich einfach auch als liebenden Vater kennenlernen darf und aus dem Vater der Identität über das Leben ausspricht. Amen. Amen. Cool. Dann war es das für diese Folge und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaltest du wieder rein oder hörst wieder zu oder schaust wieder zu. Wäre cool. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi.